Die Börsenbetreiberin ZIX, die Grossbank UBS und die Zürcher Kantonalbank bieten seit Ende Mai eine schweizweite Bezahl-App an. Paymit – eine Lösung mit verschiedenen Anbietern. Paymit kann eigentlich jeden Nutzer, der eine Schweizer Handynummer hat, ein Schweizer Bankkonto oder eine Kreditkarte hat, nutzen. Es braucht nichts mehr, als die App auf sein Mobilfone zu laden und zu aktivieren. Und dann ist man dabei mit diesen Karten oder Konten von Schweizer Banken. Paymit ist die erste P2P-Bezahl-App in der Schweiz, die auf einem einheitlichen Standard beruht. Wer einen Wohnsitz in der Schweiz hat, kann Paymit nutzen, braucht dafür nur ein Smartphone. Sie sehen hier offene Forderungen, die Sie gestellt haben oder an Sie gestellt worden sind. Und Sie sehen hier auch die letzten Transaktionen. Sie können auch hier weiter drinnen und sehen dann noch mehr Forderungen und mehr Transaktionen, die von früher sind. Wenn Sie Geld senden oder Geld anfordern wollen, können Sie hier auf Geld senden gehen. Sie geben dann Beträge ein, den Sie gerne verschicken möchten. Sie wählen aus dem Adressbuch einen Kontakt aus, wo Sie gerne das einschicken möchten. Sie haben dann die Möglichkeit, noch ein Foto aufzunehmen oder einen Text hinzuzufügen hier unten. Und dann können Sie weiterklicken und Sie sehen noch einmal eine Zusammenfassung. Sie haben noch eine Möglichkeit, ein anderes Konto auszuwählen als Belastung oder eine Kreditkarte zu verwenden für Belastung. Dann sliden Sie es hier rüber und die Zahlung ist passiert und gegangen. Sie können dann direkt im Prinzip in die Kontosalde reingehen und können direkt auf das Konto sehen, dass die Sache verbucht worden ist. Auch die UBS ist dabei. Mit der Paymit-App können die Kunden ganz einfach Geld an andere Leute in der Schweiz überweisen und das kostenlos. Das ist der Start einer langen Reise. Angefangen haben wir mit P2P, also dass man den Kollegen zahlen kann. In Zukunft werden wir aber auch schauen, dass man den Läden zahlen kann. Und vielleicht eines Tages kann man vielleicht sogar international zahlen. Welche strategischen Ziele verfolgt die SIX mit ihren Partnerbanken bei diesem Programm, bei dieser App? Die Zielsetzung ist, dass wir zusammen mit den Banken den Standort für bargeldloses Zahlen in der Schweiz setzen. Bisher haben Sie die ZKB und die UBS mit an Bord. Sollen weitere Banken kommen oder bleibt es dabei? Es müssen weitere Banken kommen. Wir haben auch schon ein starkes Interesse signalisiert von anderen grossen Banken. Wir gehen heute davon aus, dass es hauptsächlich die Banken werden, die im Retail-Segment tätig sind. Aber da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir sehr rasch weitere Banken als Partner werden können. Paymit ist ja explizit als offene Lösung designt worden. Das heisst, jede Bank nutzt die Technologie unter ihrem eigenen Brand. Und ich glaube, das ist ein grosser Vorteil von diesem System. Und das soll auch helfen, eine rasche Verbreitung anzubringen. Wie sicher sind denn die Daten der Kunden? Die Transaktionsdaten, die bei uns abgewickelt werden, folgen dem ganz normalen Sicherheitsstandard, den wir auch für alle anderen Dienstleistungen anwenden. Da haben wir in der Vergangenheit beweisen, dass das ein sehr hoher Sicherheitsstandard ist. Haben Sie die App schon runtergeladen? Selbstverständlich auf jeden Fall. Und ich brauche sie auch schon fleissig. Wir teilen im Büro die Einkäufe ein vom Coop. Und wir gehen das Neue posten. Das ist wirklich eine gäbige Sache.